Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Lobby machen und das mal noch eine Platte. Ich weiß nicht, was da drin abgeht. Ja, müssen wir uns erst mal essen. So. Machen wir direkt zwei. Ähm. Miltzofen 2. Busseisen. Okay. Okay. Dann können wir uns zwei Platten machen. Zwei Platten. Das wäre wieder geschützt. So. Okay. Jetzt habe ich mich jetzt gerade geheilt. Ah, Mist. Okay. Wieso? So habe ich gar nicht aufgesammelt, deswegen. Okay. Äh, dann müssen wir uns noch ein paar Band machen. Leder und so ein Ding. Man glaube ich auch noch da. Auch ein Leder. So. Einmal noch ein Bullerchen. War keine mehr da, glaube ich. Eins haben wir noch. Perfekt. Perfekt. Äh, so. Einmal. Das müssen wir heute so viel Holz brauchen. So. Können wir uns einmal herstellen. Okay. Machen wir das Ding. Hier drüben. Können wir natürlich mit. Ist voll. Gucken wir mal. Stimmt, da muss man ja noch so viele Sachen sammeln. Basten. Okay. Ach Mist. Ich bin noch nicht mal den Zucker weiter. Okay. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Wie die Sachen zusammen haben. Immer hier. Nur Munition. Immer hier. Wesen. So. So. Den Holz. Aber nicht so viel Eisen. So. So. Mal hier. Okay. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Wie wir da reinkommen. Okay. Mal noch was. Jeder. Komm mal hier rein. Ich gebe auch mal einen Hammer hier. Okay, komm mal nicht. Okay, wir müssen den Tuch suchen. Das ist auch mal hier drüben. Das ist ein Hammer hier. Sachen, die wir brauchen. Ich werde schon geschossen. Okay. Hallo. Ich hole den Schüssel. Okay, wir holen den Schüssel. Okay. Das ist aber hier. Und wo ist der? Ach, hallo. Okay. Wir haben den Key. Er hat siebengröße. Wo ist der? Okay. Ist er weg? Okay. Da war mal halt alle. Wir haben uns das mit ihr. Alles durchsuchen. Heilschrott. Heilschrott. So. Das sind Kisten, die da drauf kommen sollen. Okay. Komm mal, ob er da hinten rein. Noch ein Dings. Mal gerne mit. Dann werden wir mal da reingehen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen wir haben, um das vielleicht herzustellen. So. Ähm. Ja. Wie kann man denn so viel Eisen? Ein Stück. So. Hier nix. Gucken wir, ob er da rein. Was haben wir hier? Da sind ein paar Sachen, die wir noch brauchen können, hier. Hm. Hier ist nix weiter. Okay. Okay. Boah, ein Wagenblock. Ja. Okay. Okay. Okay, machen wir. Okay, komm in den Stauch. Ich muss hier noch irgendwas rumfliegen. Hier hat man nix mehr. Okay. Können wir das jetzt machen? Okay. Okay. Da haben wir eins. Erhöhet. Wollen wir jetzt platten. So. Dann können wir mit. in den Ballast. So. Okay. So, dann sind wir mit dem hier hängen. Ähm. Setzen wir jetzt hier hin. Gucken wir mal, dass wir das jetzt alles so nebeneinander kriegen. Okay. Felsofen. Jetzt setzen wir euch hier hin. So, dann machen wir alles hier nebeneinander. Okay, wir sind hier ein bisschen. Ein bisschen kaputt. Ich will jetzt nicht, dass wir noch so ein großes Wii sehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genug Eisen haben. Können wir jetzt noch machen. So, sprach da. Und verbessern. Äh. Wir haben mal. Ob wir alles haben dafür. So, Werkbank. hier haben wir zwei schon schmerz aufgenommen wir haben kein eisen wir haben noch ein eisen ich glaube wir müssen uns eisen sammeln ja oder auch nicht dann werden wir mal evolucion Okay. So So Hier stöck das, äh, was ist das Ding? Was ist das Ding? muss gucken wie viel ich was braucht dann brauchen wir schon zwei machen wir das erstmal dann versuchen wir das dazu machen oder wir machen erst die zwei kolben die zwei kolben zuerst und habe ich glaube ich auch nicht mehr so viel ich kann glaube ich meine waffe verbessern 80 ich weiß noch nicht was das bringen soll aber dann noch was aufgesammelt was war das für die Pistole ist die Pistole machen wir jetzt mal zwei kolben wir haben nur noch zwei Eisen ich glaube das andere gehen wir nicht hin jetzt mal mal hier rein brauchen wir jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir nur noch Eisen und das hingetan kann man das auch zerlegen jetzt mal nach ich jetzt alle Eisenbau braucht ok ok warte mal ich versuche das hier alles mitzunehmen was ich hier nicht brauche austauschen können wir dann gleich mal probieren gehen ja brauchen wir auch nicht noch irgendwas was was wenn wir das erstmal abgeben war das ding da um mich alles mit gar nicht sowohl jetzt können wir das erweitern so noch zwei solche dinger und noch vier eisen wir haben kein holz jetzt haben wir doch genug jetzt haben wir doch genug irgendwo und wo hatten wir noch das weiß ich dann noch ein ding ich brauche besser was könnte es erstellen labor und so zu würde man größer und so so ist auch hier eine brandstoff gar nicht aber ich würde sagen dann sehen wir uns in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen